Es ist bei der WM-Vergabe 2006 alles mit rechten Dingen zugegangen. Das war eine sehr umfängliche Schilderung. Trotzdem gibt es wahrscheinlich noch die eine oder andere Rückfrage. Fangen wir doch hier vorne direkt mal an. Drückst du aufs Mikrofon? Butenschön, NDR. Herr Niersbach, Sie sagen, das sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Wer soll Ihnen das eigentlich glauben? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Was soll denn dann diese Pressekonferenz? Auch da bin ich überfragt. Vielleicht was Einfaches. Herr Niersbach, wie heißen Sie mit Nachnamen? Die Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Okay. Wie viele Finger zeige ich hoch? Ist zu schwer? Und jetzt? Ja. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit auch nicht sagen. Aus welchem Bundesland kommt der FC Bayern? Zicke, zacke, zicke, zacke. Wo steht das Auto vom Schiri? Bier oder Sekt? Ecstasy oder Koks, Alter? Man, ey, Techno oder Gabba? Scooter oder DJ Bobo? Nun sagt doch was! Ja Halst trusting mich. Aufh임. ��